Hallo, Holger, das gibt's gar nicht. Ich sitze hier in der Staatsoper und plötzlich kommt Stefan vorbei. Da habe ich gedacht, für Holger spiele ich jetzt ein kurzes Stück von den berühmten Horowitz-Variationen über Carmen, wo Horowitz selber gesagt hat, das ist so kompliziert, es wird nie einem anderen Pianist niemals gelingen zu spielen. Holger, das ist für dich. Das ist für dich. Das ist für dich. Und eingespielt. Holger, das ist für dich. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Mensch, Julia, hier ist Holger. Das ist eine so riesen Überraschung. Ich hätte damit null gerechnet und bin gerade völlig platt über diesen Gruß. Und du weißt, ich bin auch großer Fan von dir. Hätte ich hier eine Klaviatur irgendwie auf meinem Pult, würde ich die auch irgendwie instentiert spielen. Aber du machst das deine und ich mache im Moment das meine und wir sehen uns garantiert bald. Und ganz liebe Grüße für dich.